Servus, wie tust du? Servus! Die kenn ich auch von irgendwo her. Ja, ich bin eine Weihnachtselfe, der Helfer vom Christkind. Ah genau, der bist du! Was tust du denn da? Ja, mal schauen wie es dir so geht. Wie war Weihnachten? Wie Weihnachten war? Richtig präkschend! Zuerst hat sie gegeben Söchwürsteln und Krähen, so wie immer, dann hat sie gegeben einen Joghitee und von der Schwiegermutter habe ich einen selbst gestrickten Wollpullover. Sie hat extra gesagt, sie hat eine Steinwollen für mich gekauft. Jetzt ist mir Buckel ganz blutig. Ah ja, gefällt nicht super. Apropos Weihnachten, ich habe mir zu einem Christkindl eine Autoreinbahn gewünscht. Wieso habe ich den nicht gekriegt? Also Autoreinbahn hat das gekriegt. Die Schrift, da liest man ja nicht. Ich habe gemeint, da steht automatisch ein Reinhahn. Wegen was ich eigentlich da bin, kein Problem. Aha. Schau, ich krieg da Kisten weiß Reklamierungen. Das ist der Börn Geronimo aus Oberschlatzing. Ich will diese neue Spielkonsole nicht. Hol sie wieder ab. Oder der Maurice und jene aus Rangersdorf. Hey Christkind, fahr ab mit dem ferngesteuerten Auto. Das brauche ich nicht. Die Jacqueline aus Eugendorf. Was soll ich mit diesem blöden Snowboard? Ja, das ist ja heutige Jugend. Was soll das der mal werden? Das ist ja mit nichts mehr zufrieden. Was wollen sie denn? Ja, die wollen alle einen Stall haben von dir. Einen Stall haben von mir? Ja, und den Mundschutz vielleicht. Ach so, das sind ja die gescheiten Kinder. Ich sage immer, die heutige Jugend, das sind wirklich gescheite Kinder. Die wissen, was sie wollen. Was du jetzt an mir alle Geschäften zu haben, wo soll ich das herkriegen? Ich bin Salzburger Lagerhaus. Ich bin Salzburger Lagerhaus. Die haben einen Onlineshop. www.salzburger-lagerhaus.at Dann werden wir das mal anschauen. Hey du, ich habe noch ein Problem. Ich bin mit meinem Ski da stecken geblieben. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Zeit zu helfen. Das ist nicht so ein Stress. Nein, nein, das ist wichtig. Du musst ihn auserziehen, sonst kriegen die Kinder keine Stall haben. Ach so, ja das ist auch gemeint. Holst du das wieder da hinten oder wo? Ja, da hinten. Kann's nicht machen? Ja, mal schauen wir mal hin. Ich habe hier noch mal hier keine Augeful-Worte. Ja, jetzt mach mal Paus zu machen. Ich dürfte ja bitte schon sagen, eigentlich war ich noch ein Kriss! Genau. Oh, Alter. Ah, Alter! Nee! Ja! Ah, ich muss das gerade drauf tun, oder? Ah, ich muss das gerade auch zu Hause machen. Mut! Das war's für heute.